Viele von euch haben sich was vom Merch bestellt Und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut Autogrammkarten sind viele raus Aber ich hab jetzt paar neue unterschrieben Und falls ihr noch eine wollt, dann müsst ihr jetzt unbedingt was bestellen Danke für den Support, Leute, auf jeden Fall Hey Leute, was geht? Ich bin einfach willkommen zu einem Video mit Ente Was geht? Was geht, Ente? Und Leute, ihr seht es hier richtig Ente ist wirklich nur ne Wüste, man Wir können gar nichts machen Hey, was soll ich hier machen, Alter? Ja, Leute, ihr seht es, die ganze Welt besteht heute aus Wüsten Hey, Ente, guck mal, da hin sind Leute, was ist da, Alter? Ich seh das gar nicht Das ist ein Tempel, Ente Geh mal da hin, Alter Alter, da ist bestimmt Loot, Mann, lass da hingehen Aber warte, lass ein bisschen Sand mitnehmen, damit wir da easy runterkommen Warte, steh mit Weil da sind ja diese Sandsteinblöcke Mit Sand können wir da, glaub ich, dann ganz easy runter Ich hab automatisch den Springer, geh aus Ja, Kakteen, hab ich auch noch mitgenommen Aber Ente, lass jetzt hingehen, komm schon Oh mein Gott, bitte ist da guter Loot Bitte, 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 bitte Oha, Junge, das ist halt echt, Alter Und ich krieg langsam Hunger, Ente, Mann Wir müssen uns beeilen Aber Ente, muss ich sonst nicht essen Das tut mir leid, Bro Nein, bitte, Alter, nein, Junge Was soll ich tun, Ente? Wo ist der Eingang? Wir müssen den Eingang finden Oh, hier geht's runter Auffass, Ente, nicht runterfallen Jetzt ganz Vorsicht, du weißt, da ist diese Druckplatte Die TNT auslöst Warte, lass mich vor Und jetzt hab ich die Idee Ich geh mal runter zur Seite Jetzt mach ich einfach ein paar Sandblöcke runter Oha, Junge, wie schlau 100 IQ, warte Was? Und zack, pass auf, die Druckplatte muss weg Warte, ich geh zuerst Erst die Druckplatte weg Ganz wichtig Warte, ich komm So, man sieht den ganz wenig Aber hier sind Kisten Oha, hier ist Gold Nice Oha, hier sind krasse Sachen drin Alles mitnehmen So, alles gelootet Let's go, lass wieder hoch Obwohl, sollen wir die TNT-Blocke mitnehmen? Ja, das sind die Oha, hier sind ja ultra viele TNT-Blocke Das wusste ich ja gar nicht Oha, richtig viele Ich nehm alle mit Okay, und jetzt raus hier Ich krieg langsam Hunger, Mann Das ist gar nicht gut Ey, lass mich nicht zurück, Alter Junge So, ein TNT-Block hier Und tschüss Zeck dich, Alter Ey, wir müssen aber schnell irgendwas finden, Mann Ey, ich hab wohl Hunger Ich krieg auch richtig Hunger Lass weiter suchen Ja Hä, endlich, da hinten sehe ich was Was ist da? Ich seh, dass ich meine Relative ist Ich glaube, da ist ein Dorf Da ist ein Dorf Was? Oh mein Gott Als ob da eins ist, geh da hin Schnell Alfa, ich kann nicht mehr sprinten, Junge Du kannst nicht mehr sprinten, Alter Nein, ich brauche Essen Bitte, Alfa, ich brauche Essen, Mann Tschüss, Ente Nein, lass mich nicht zurück, bitte Oha, wenn dein Hunger leer geht, ist es vorbei, Mann Aber ich hab hier Oh mein Gott, hier ist alles, glaube ich Es sieht doch nicht so gut Ey, ich gucke auch Bitte gib Wasser ab Gleich, Ente, gleich Oh mein Gott, hier ist eine Kiste Oh, hier ist richtig viel Brot und alles Gib mir was ab, Alfa Hau ab, Mann Nein, bitte, ey Ich kann jetzt auch was nicht mehr sprinten Ja, ich bring dir das Brot, Bruder Ja, so, komm her So, Ente, es Oh, nice, danke Isst dein Futter, du dumme Ente Was, ey? So, let's go Lass dir alles mitnehmen von Villager-Clown Ey, ihr verkauft Sachen, was? Ich hab doch zwei Emeralds Ey, wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendeinen OP-Shop finden So, hier alles alles auf jeden Fall mitnehmen Oh, guck mal, hier sind ganz viele Dingsblöcke Oh, wir können jetzt so viel Brot machen, Mann Ist so Einfach unendlich viel Heu, Mann Richtig nice Lol, hier ist sogar eine Kuh Einfach in der Wüste Was geht? Lol, wie nice Was ist das für Sandblöcke, sind die neu? Hey, ich weiß nicht Ach, das sind Treppen, glaube ich Die sind Treppen, Alter Lol, schlau gemacht Oh, hier ist noch eine Kiste Ah, kein krasser Loot Scheide Aber Karotten und so gibt's hier nicht, oder? Ich glaub nicht Nee, gibt's keiner Oder hier, was ist das? Auch nix Guck mal, der verkauft Karotten Kann man doch andersrum verkaufen Warte mal Nee, ich glaub nicht Dann bekommen wir Karotten her Ich glaub bei gar keinem Verkauft der doch was Nur Brot Okay, aber warte, haben wir überhaupt Holz? Hab ich grad gar nicht geguckt Nein, wir haben gar nicht Ist auch in den Häusern kein Holz drin Darauf hab ich grad gar nicht geachtet Wo hast du das bekommen? Wie kommen wir denn bitte an Holz? Ich weiß es echt nicht Ihr müsst doch irgendwo eine Crafting-Table geben, oder? Dave Oh, ich hab einen gesehen Ich hab vorhin einen gesehen Wo, wo, wo? Wir brauchen jetzt irgendwie Holz Weil Steine und so gibt's hier, glaub ich, trotzdem alles Und Höhen Warte, ich hab vorhin ein Haus gesehen Wo war das? Da, Alfa, komm her Also, wirklich? Da, hier Ich komm Hier Ja, da Krass Das hat echt eins Nimm es mit Alter, Glück gehabt Aber warte, wir haben nicht mal Sticks Was? Wir können die nur mitnehmen Ey, doch, Sticks können wir aus den Küsten hier holen, Alter Ja, Sticks können wir aus diesen Pflanzen kriegen, okay Leute, die geben hier echt Sticks Diese Dings-Pflanzen Totenbüche Oh mein Gott, Enti, wir sind so dumm Was? Wir können doch einfach an den Goldenspitzacken craften Ey, sag doch das Oh mein Gott, komplett vergessen Was sagst du nicht? Ich kann eine Ich kann auch eine zweite machen Aber lass lieber zuerst Stein holen Die Workbench, die Crossing Table müssen wir die ganze Zeit mitnehmen Ganz wichtig Warte, da vorne war es Stein Ja, hier unten kommt gleich irgendwo Stein Weil hier müssen Das Stein hier Ich hoffe, hier gibt es Höhlen, oder? Doch, muss es geben Das ist eine Höhle hier, komm her Ja, Enti, warte doch Ey, das ist doch eine Höhle, Alter Ah, hier Nice Oha, wie schnell kann ich Steine abbauen, Leute Was? Was ist denn bei Gold? Ich weiß nicht Die kommen mir richtig schnell vor Oha, die ist ja schneller als die angeführt Aber die geht auch ultra schnell kaputt Hier ist ja auch Kohle Hier ist alles, Enti, wir haben ausgesorgt, glaube ich Nice Aber wir haben nur ein Crafting Table Oh nein Ist doch egal Eine reicht Man braucht nur eine fürs Leben So, jetzt erstmal Steinspitzacken Sticks haben wir auch Also, ich habe gerade noch zwei Stück Du hast gerade, glaube ich, gar keinen mehr Ey, gib ich da ab Ah, ich habe ja auch Goldspitzhacke Nice, 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 nice Und Kohle haben wir ja auch Dann können wir ein bisschen Licht machen Oha, Gold ist voll krass Gold ist ultra schnell Wusste ich nicht Oha, ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist Wir hatten keine Bäume und so Leute, hier ist einfach ein Villager Schon ohne Bäume sind wir eigentlich ultra weit gekommen, würde ich sagen Hier ist auch Kohle, kann ich mitnehmen Leute, und ihr könnt ja sogar selber spielen Weil man kann jetzt in Minecraft einstellen Dass man nur ein Biom will Wusste ich nicht Ist ultra cool Aber wir gehen sogar weiter nach unten Oha, wir können weiter nach unten gehen Komm, ist sie Die ist voll groß, die Hülle, glaube ich Was? Schau mal Ente, du bist voll im Stillbruch heute Ja, Junge, was ist heute los, Alter? Oh, die geht richtig tief, glaube ich Aber wir müssen aufpassen Das Skelett Warte, ich habe es schwer Wir brauchen Eis, Mann Ich habe doch gar kein Eisen gesehen Da vorne ist das Skelett, Ente Du hast eine Waffe, wo ist das? Da, warte, ich kaff an Nein, das ist Eis Oh, da ist noch Eis Nice, mach den fertig Zack, schnell Oh, die sind okay Nice Hier können wir Eis mitnehmen Das doch, Ente, pass auf Bitte besieg das, Ente Ich muss noch gerade Eisen abbauen Das ist gerade ganz wichtig Oh, hier ist noch mehr Eisen Nice Oha Ich hätte wirklich nicht gedacht Dass wir es so weit schaffen Also generell, dass wir den Spitzacken kriegen und so Wir haben es einfach geschafft Ohne Bäume Ohne was weiß ich So, Ente, geh mit an den Crafting-Tabell Bitte Ja, was geht dir? So, ich mache ein bisschen Licht So, zack So, Ofen Easy Zwei Stück, damit es ein bisschen schneller geht Ich weiß gerade nicht, wie wir diesen schnellen Ofen craften Sonst hätte ich den gemacht Ich weiß auch nicht Warte, ich glaube, das Rezept sehe ich hier nirgendwo Da brauchen wir auch schon Eisenrüstung und so Nee, oder? Hä, doch Oh, wir können gar nicht Schilderkraften, oder? Dafür braucht man, glaube ich, Holz Nein, das geht nicht Man braucht halt echt Holz dafür Oha Wir müssen Wir könnten eine Biene suchen, Ente Ja, stimmt Das war voll gut Bei einer Biene könnten wir Holz kriegen Das wäre nice So Eisenspitzhacke kann ich schon machen Easy Hä, Ente Oha, guck mal, hier ist Gold Schon mal Nice Kann man das mit Goldspitzhacke abbauen? Hä, nein, geht gar nicht Lol Mit einer Goldspitzhacke kann man kein Gold abbauen Wie dumm ist das denn? Egal, jetzt können wir erstmal Gold-OP-Äpfel craften Dies, das Macht man eh nicht, oder? Nee, Alter Okay, okay Lol Hier sind Dings Hier sind einfach Schienen, hä? Lol Nein, ich habe einen Dingsschacht gefunden Wie einen Schacht Ja, Junge, Alter Jetzt habe ich Holz Nice, mal warte Wir müssen die Lava irgendwie zukriegen Komm Abgetroffen Geht weg, bitte Ich könnte eigentlich auch einen Eimer craften Da hätten wir Wasser So Hier habe ich Wasser genommen Aber wir schaffen es relativ weit Muss man sagen Holz haben wir jetzt auch sogar Ist so Endlich Holz, Mann Halleluja Ja, Mann Jetzt können wir alles mit Holz craften Was wir brauchen Ich werde direkt, glaube ich, ein Schild craften Weil eben die Mops ultra-OP sind Wir müssen ja echt aufpassen So, ich mache einfach eine Axt Ich habe E-Stein Ich kann sogar einen aus Eisen machen Ist egal Okay, ich habe jetzt, glaube ich, genug Holz So, ich mache jetzt ein Schild So, zack So geht das Craft-Rezept, glaube ich Ja, easy Zack Jetzt habe ich ein Schild Oh, hier ist eine Kiste mit Lut, Alter Hast du dich gesehen? Hey, geil Mit Meinen kann es sogar Mit Lampeslazuli Name-Tag Fackeln Nice Fackeln kann ich gebrauchen fürs Video Oh, Alter, aufpassen Hier ist Lava Ja, pass auf Pass auf, pass aufpassen Oh mein Gott Oh, Alter Oha Hör mal, oh, wie viele, wie viele Ente Hä? Provozier nicht Nicht, dass jetzt Lava kommt oder so Oha, sechs Stück Ente, mach kein Auge Ente, die gehört mir So, sechs Stück Wir teilen drei, drei Hier, bitteschön, drei für dich So, schnell weg damit Schnell weg damit Oh mein Gott Der ist einfach Dias Obsidian haben wir auch unendlich Oh mein Gott Guck dir das an, Ente Wir sind reich So, Dias Spitzhacke, Leute Wir haben es einfach geschafft, Mann Aber, Leute Last, like Last, like Oder welches Wie gefallen Jetzt schau bei Ente vorbei Und dann würde ich sagen Tschüss Tschüss